Hallo und herzlich willkommen bei CryptoTV. Heute wende ich mich an euch mit einer Bitte mir zu helfen. Es geht darum, dass ich Ende dieser Woche für 45 Tage ins Gefängnis einfahren muss. Ich habe mich, um dieser ungerechtfertigten Strafe etwas entgegensetzen zu können, an ein paar Medienbetreiber, juristischen Kompetenzen und Politikern mittels E-Mails und eingeschriebenen Briefen zugewandt, um meine Bitte zu offerieren, dass man mir dabei helfen möge, dieser ungerechten Strafe entgehen zu können. Wahrlich verspreche ich mir zwar dabei nicht viel anhand meiner Erfahrungen der letzten zweieinhalb Jahre, aber dennoch will ich jede Chance nutzen, um für Österreich und all seine Bewohnern darin den Wahnsinn der letzten Zeit ein Ende setzen zu können. Für jeden von euch, der mich nun unterstützen will, werde ich euch zuerst zeigen, an wem ich für euch einen Brief speziell an jede Person angepasst abgespeichert habe und verweise auf deren Adressen für den Briefverkehr oder die E-Mail-Adressen. Danach möchte euch Elvis noch ein paar Worte an euch allen in Bezug dieser Sache richten. Der mir zugleich dabei geholfen hatte, all diese Briefe für mich und euch zu verfassen. Am Ende dieses Videobeitrages schneide ich noch den Film mit ein, wo ich zur Post gegangen bin, um meine Briefe zu verschicken, wo ihr dann noch zusätzlich etwas mehr über meinen Fall an sich erfahren könnt. Vielen lieben Dank schon mal im Voraus an euch allen und somit will ich euch nun zuerst zeigen, wo ihr eure Briefe finden könnt, die wir für euch verfasst haben. Natürlich ist diese Schriftform für euch nur ein Vorschlag von mir und Elvis, aber dennoch würde ich mich freuen, wenn ihr mich in dieser Sache unterstützen wollt. Da ist sowieso dann auch eine Hilfe von euch allen auch darin ist, diesen korrupten politischen Wahnsinn zu beenden. Nun, gehen wir mal zuerst auf meinen Rumble-Kanal. Dort ist ja das Video abgespeichert, das ihr jetzt gerade seht. Natürlich zu dieser Zeit, wo ich jetzt dieses Video aufnehme und zuschneide, existiert es ja noch nicht und ist hier noch nicht enthalten. Ich habe mal einfach ein altes Video von mir genommen, eben dieses hier, und habe dort die Videobeschreibung verändert. Also lasst euch jetzt nicht verwirren von diesem Video. Stellt euch einfach vor, dass es jetzt das Video ist, hier, das ihr gerade seht. Und dort geht einfach in die Videobeschreibung, das ist hier unten drinnen. Dort habe ich euch zuerst mal alle E-Mail-Adressen und den verfassten Brief abgespeichert. Denn nicht jeden kann man einen Brief senden, da die Adressen nicht publik sind und somit aber mit der E-Mail-Adresse möglich ist. Wie hier bei auf 1, da habt ihr hier die E-Mail-Kontakt, wenn man da zum Beispiel draufklickt, könnt ihr hier eine Nachricht reinschicken. Und diese Nachricht habe ich mit der großen Hilfe, danke Elvis, den er mir verfasst hat, hier ist er eben zu finden. Den könnt ihr dann so kopieren, hier auf Kopieren klicken, dann auf auf 1 gehen und hier wieder einfügen und dann hier verschicken. Was mir halt aufgefallen ist bei auf 1, man hat da nur 300 Zeilen zur Verfügung. Naja, okay, vielleicht könnt ihr das da ein bisschen abändern, dass er kürzer wird. Aber bei all den anderen E-Mail-Adressen, wie bei Gerd Groß, da funktioniert es, wenn man zum Beispiel, bei jedem ist ja die Anrede anders und auch der Text ist nicht immer komplett gleich, sondern immer dem entsprechenden Person angepasst. Hier bei Salzburg Arm müsst ihr das Datum noch selbstständig ändern, wann ihr es verschicken wollt. Man, ob es schon im nächsten Monat ist oder ja auch schon dieses Monat, müsst ihr halt dies so ändern und dann einfach hier kopieren, dann hier einfügen und dann eben noch einmal Absatz machen und eure Namen und dabei hinsetzen. Eure E-Mail-Adresse und auch nochmal euren Namen und dann auf Senden klicken. Ja, und somit haben wir von Gerald Groß eine E-Mail-Adresse, von Gervin Loverecki und von Diplomingenieur Patrick Brömer von der MFG, der sich sehr engagiert für die MFG. Dann kommen wir zu den Briefen. Ich bin zur Post gegangen, wie schon erwähnt, habe sie bei Einschreiben versendet. Und da habt ihr dann auch wiederum da die Vorlagen von Dr. Michael Brunner, der hoffentlich unser Bundespräsident werden wird. Dann von den Express-Medien, da sind auch die Adresse dann drinnen für den Briefkopf, zur Hand an Richard Schmidt zum Beispiel von Express-Medien-Holding GmbH oder auch an den Anwalt Mag. Florian Höllwart an die Zeitung Mein Bezirk, dann zur Hand an Lisa Gold in der Münchner Bundesstraße, da eben wieder der Text, wie erwähnt schon, Salzburg Am, euer Datum noch richtig einändern und nicht zu vergessen, euren Namen unterfreundliche Grüße noch dazu zu setzen. An OE24, an ServusTV, an den Salzburger Nachrichten, die Freiheitliche Partei noch. Genau. Also diese Informationen findet ihr unter diesem Video hier in der Videobeschreibung. Ich glaube, somit habe ich jetzt mal alles erwähnt und somit leite ich jetzt einfach mal an Elvis weiter. Und vergesst nicht, noch dran zu bleiben, denn am Ende gehe ich dann noch genauer darauf ein, um was es eigentlich wirklich in meiner Sachlage wegen der Haftstrafe geht. Okay dann. Weiter zu mir und zum Elvis. Take die Erste und Klappe. Ja, nachdem wir heute den toll schweigenden Sascha neben dem sich weitsichtig verhaltenen Wilfried und ein bisschen anderer Politprominenz heute beim Schaulaufen bewundern durften in unserer schönen Mozartstadt und ein bisschen unsere Meinung dazu kundgetan haben, damit der Mann im Training bleibt. Schließlich ist er ja in... Fadding war das oder wo war das? Wo als erstes Ausgebot worden ist? Ja, ja. Fadding war das. Da ist er ja erstmals mit U-Rufen und Pfiffen begrüßt worden. Inzwischen ist er da ja ein bisschen im Training. Vielleicht ist er inzwischen auch schon zugetragen worden, weil er hat ja doch ein bisschen den Überblick verloren, dass er nicht mehr in einer liberalen Demokratie lebt, wie er immer so schön sagt, sondern er noch in einer Wahldemokratie, in der die Schönheit der Verfassung, die er immer lobt, auch nicht mehr so ganz gegeben ist. Ja, letztendlich hat er sich ja sogar, weil er Wahlkampf ist, zu einer Stellungnahme hinreißen lassen. Das heißt, er hat einmal festgestellt, er wird an keinen TV-Duellen teilnehmen, wie schon mal erwähnt. Wen wundert's? Der schweigende Präsi wird auch da weiter wenig zu sagen haben. Seinen Politikstil kennt man ja inzwischen. Ja, 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 und nebenbei haben wir heute erfolgreich, zum wiederholten Male, ein fulminantes Scheitern mit der Aktion XXXXXXXXXXXXXXXXXXL-Maske gehabt. Was soll ich dazu sagen? Ich halte die Idee nach wie vor für grandios Und das nicht, weil sie unter anderem von mir ist, sondern weil ich sie wirklich gut finde. Ich stelle allerdings in weiterer Folge fest, dass es in der Umsetzung irgendwie alles nicht so einfach ist. Und ja, dass ich inzwischen den Kanal etwas voll habe. Aber nachdem ich den Kanal voll habe von der Gesamtsituation, ist dies wurscht. Der Roman steht kurz davor, seine Haftstrafe in der nächsten Woche oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, der 30. Stichtag, wo ich mich melden muss. Ansonsten holen sie mich ab. Wenn das dann der Fall ist, wenn sie kommen, ist dann auch die andere Frage, aber ich selber melde mich sicher nicht. Jedenfalls ist also ganz offiziell mit Ende der Woche dann sozusagen Romans Absitzen dieser fulminanten 6 Wochen mit einem Tagessatz von 8 Euro angesagt. Inzwischen gab es, wie gesagt, eine Rückmeldung vom Herrn Mag. Dr. Brunner, auf die wir uns ebenfalls gemeldet haben. Da gibt es noch keine Antwort. Es hat sich von der MFG Salzburg jemand gemeldet. Da ist allerdings auch noch nichts Konkretes bei rausgekommen. Da werden wir dranbleiben. Und es hat sich gemeldet der Wochenblick. Die wollen ein Interview mit dem Roman führen. Das wird demnächst stattfinden. Das heißt, ein bisschen Resonanz auf die Aktion gibt es. Und nachdem wir heute Abend zur Veranstaltung der MFG in Antering fahren werden, um da nochmal ein bisschen Präsenz zu zeigen und nochmal ein bisschen auf den Busch zu klopfen. Ja, sitzen wir jetzt einmal wieder mitten im Wahnsinn. Heute keiner bei ihm. Das ist trotzdem immer noch ein bisschen der Summer of Red und immer noch ein bisschen der Summer of Eat. Deswegen gibt es auch zum latenten Schlafmangel. Wie gesagt, wir sind ja heute schon seit sehr vielen Stunden unterwegs. Ein lustiges Tropical Red Bull. Also das verleiht Flügel mit Ananasgeschmack. Und die heute mit simple Cola-Mutter. Und wir haben natürlich ganz im Sinne vom Herrn Kantsch, weil wir schon kein Alkohol trinken, zumindest ein bisschen die Psychopharmaka wieder ausgefasst. Weil immer, wenn der Roman und ich am PC sitzen und sich den Widrigkeiten des Lebens, sprich der vorhin erwähnten Wahldemokratie, stellen müssen, dann ist das nicht schlecht, wenn man so ein bisschen happy-back-bebellen hat. Ja, damit sind wir eigentlich schon mitten im Medias Race. Wir haben, wie gesagt, 13, glaube ich, waren es, 13 Schreiben rausgeballert. Wie gesagt, zwei sind bereits beantwortet mit einem eher wenig erfolgreichen Statement. Aber mal schauen, was da noch weiter rumkommt. Und ein Interview ist mal angekündigt, das wird der Roman in den nächsten Tagen haben. Mal gucken, was das dann so mit sich bringt. Ich hau mir jetzt erst einmal eine von den guten Happy-Bebebellen rein oder vielleicht noch ein paar mehr. Geht schon besser? Dann hätte ich gesagt, gingen wir es gleich einmal an. Dann eröffnen wir ein leeres Wörth, würde ich mal sagen. Genau. An wen sollen denn deine zahlreichen Seher und die unglaublich aktiven Salzburger, die am Sonntag immer brav auf die Straße gehen, aller Schreiben? Also wir haben 13 Briefe rausgeballert. Eigentlich wäre es toll, wenn sie an alle 13 schreiben, oder? Ja, das werden wir heute gar nicht zusammenbringen. Da werden wir jetzt selektieren müssen jetzt. Warum? Ja, um 19 Uhr sind wir bei dem im Green Huntering. Da müssen wir dann auch gleichzeitig weg. Ja, ja, nein, es geht jetzt einmal. Meiner Meinung nach sollten sie eigentlich an alle. Dann können sie dieselben Briefe in einer kurz umgeänderten Form schicken, was wir schon vorbereitet haben. Dann sparen wir uns die Arbeit. Na ja, das ist eben die Frage. Wo hast du deine Briefmappe? Dann darfst du die jetzt auch nochmal holen und dann darfst du mir nur eure Bullen mitnehmen, weil meinst du es auch schon wieder Empte und Lala. Und dann starten wir da quasi. Ich habe gesagt, wir fangen nämlich mit denen an, die alle per Mail sozusagen gegangen sind und nicht per Brief. Dann mache ich das Leere wieder weg und kopiere die Sachen. Das Leere kannst du auch was lassen, weil du kannst das nicht kopieren. Nein, ich mache jetzt Kopien von den bestehenden. Das sind ein extra Ordner, dass wir es dann so umbinden müssen. Und dann fangen wir mit auf eins an, die haben sich noch nicht gemeldet. Dann machen wir wieder Salzburg. Am und dann machen wir eine punktierte Linie, weil da soll dann jeder das Datum selber einfüllen. Ja, ich würde auch den siebten noch weg tun, weil der ändert ja jetzt schon demnächst. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei, so heißt es schon lange, trotz Knechtschaft und Tyrannei. Wir waren nicht bangen und konnten im Herzen stets lachen und scherzen. Und dachten dabei, die Gedanken sind frei. Und dachten dabei, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei, doch jetzt hab ich Bedenken. Es gibt das so mancherlei, damit kann man sie lenken. Es gibt das so Maschen, da kann man sie waschen. Und schon eins, zwei, drei, sind sie nicht mehr ganz so frei. Und schon eins, zwei, drei, sind sie nicht mehr ganz so frei. Die Gedanken sind frei, so frei wie die Presse. Und denkst du, dass es anders sei, dann gibts auf die Fresse. Sie wollen dich lenken, dein Wissen und Denken. Und vielleicht schon im nächsten Mai, kommt die Gedankenpolizei. Und vielleicht schon im nächsten Mai, kommt die Gedankenpolizei. Denn ob sie AI oder NSA, sie liegen auf der Lauer. Und du glaubst so nebenbei, die Gedanken wären frei. Und du glaubst so nebenbei, die Gedanken wären frei. Die Gedanken sind frei, solange sie nicht stören. Doch auf Verderb und Gedeih weißt du, wem sie gehören. Monsanto und Banken und den Öllieferanten, den Algorithmen von Google. Besser gib dir die Kugel, dann ist alles vorbei. Die Gedanken waren frei, dann ist alles vorbei. Die Gedanken waren frei. Take 2, die große Klappe. Ja, mit meiner meiner. Unser aller, die gehört nicht nur dir rein. Na, die große Klappe haben wir, das haben wir halt auch wieder bei dem tollen Polizeieinsatz festgestellt. Gerade, dass wir die Paisers an von Fien Schreinheit bei der Begrüßung von Bello. So, dann hätte ich gesagt, haben wir da den von der MFG. Sagen wir nur noch die FPÖ zurück. Die Frau Svazek, genau, so ist es. Und da hätte ich gesagt, dann nehmen wir den von der MFG. Na, dann schauen wir uns deine Videos an. Dann machen wir da mal, also für heute, der Roman hat jetzt für euch gemeinsam mit mir in Stunden, inzwischen sind wir insgesamt, glaube ich, alles zusammengerechnet sicher 20 Stunden an diesem Gesamtwahnsinn-Korrespondenz gesessen, hätte ich gesagt. Glocker 20, ja. Ja, einmal 13, einmal 4 sind es schon 17, das heutige dazu. Ja, ich hätte einmal gesagt, roundabout 20 Stunden. Kommt mal schön hoch. Also, damit ihr seht, wie viel Zeit so ein bisschen Presseerklärungen, Battlebriefe und ansonstiges quasi in irgendeiner Form in Anspruch nehmen, wenn der eine entnervt und übernachtig, sprich overworked und under fucked ist, der andere quasi zu leichter Legasthenie neigt und eigentlich im Kopf schon irgendwo in Alcatraz einsitzt, weil ich bin davon persönlich ausgegangen, dass man Roman eigentlich eh nicht nach Puch-Urstein bringen kann. Das ist viel zu soft. Ich meine, das ist ein Krawall-Journalist. Also, für den führen wir nochmal das Loch ein in Österreich. Also, nach Guantanamo. Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hätte eher gesagt, nach Katar, weil das ist jetzt im Moment gerade politisch korrekt. Naja, da werden ja Leute ausgelagert, weil es in Amerika selbst nicht ganz so weit durchgreifen wird. Ich wollte gerade sagen, da kann man dann eventuell auch steinigen oder enthalten. Also, das geht dann schon. Das ist das Land, wo die Fußballspiele ihm übertragen werden, weil sie es gekauft haben. Und was schon weiß ich nicht. Ich will da keine Fake News verbreiten, aber ich glaube schon 6.000, 7.000 Tote für Stadien, Bauten und Sonstiges gegeben hat. Also, ja, das ist politisch korrekt. Also, in Zweifelsfalle, ihr wüsst eh, jetzt das warme Wasser für den Winter einfrieren, damit ihr dann eins habt. Nur ein Vierkörperstern waschen und stinken gegen Toten. Der hat ja das eh, wie ich letztens schon erwähnt, bei, ich glaube, Fokus TV war das, sehr amüsant gefunden. Aber ja, egal. Die Hauptsache, es geht um Solidarität. Die Exekutive heute hat sich nicht ganz mit uns solidarisiert, wenn, wundert's. Ich glaube, da werden wir auf den Nimmerleinstag warten müssen. Dass sich die mit uns solidarisieren. Na, du hast gesagt, irgendein Beamte hat dich ganz freundlich gegrüßt. Ich muss ja dazu sagen, ich war ja anders als der Roman, der natürlich immer gleich diese, 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 diese Vergleiche rauszieht, dass die Herrschaft, naja, eigentlich auf die Verfassung, die wunderschöne Verfassung, nein, falsch, die Verfassung, deren Schönheit unser schweigender Präsident immer so lobt, vereidigt. Und ja, ich habe einfach nur festgestellt, sie machen halt Dienst nach Vorschrift. Das sind Meinungen, verschiedene Meinungen. Zwei, zwei Männer, ja, die braucht man gar nicht diskutieren, soviel zum Thema Meinungsweiter. Zwei Männer sind eine Versammlung, auch wenn sie das Transparent gar nicht hinhängen, weil es technisch nicht so funktioniert hat. Bei dir ist gerade ein Torpeda rausgegangen, dir sage ich es. Was immer das für ein Geräusch war, es war ein Torpeda. Ja, gut, gut, gut. Ja, alles gut. Ja, jedenfalls, was ihr habt gesehen, 20 Stunden PC-Arbeit, da braucht man dann wirklich schönes Thermakel und sonst ein Weizen statt dem Heizen. Ja, wir sind jetzt jedenfalls da mit einmal raus und gucken uns jetzt einfach einmal an, was der Roman da hat und wir werden dann später wieder einsteigen, wenn wir fossile Brennstoffe verfahren haben, ganz in grünen Gedanken, ihr wisst, wir verheizen ja jetzt auch Kohle, wortwörtlich, und uns nach Anterin begeben haben, zum, das ist nicht der Halsedl von heute, doch, 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 du hast da schon wieder ein Neiger und Schau, ein Zederhaus im Aradet auch, also ich habe zum Aradet auch. Also ich halte das da einfach an meine Kamera. Also wir haben da eine Einladung in Joint Venture mit der Bürgerinitiative Salzburg Wacht Auf, heute am 26. ab 19 Uhr im Rakei-Broll in Oberacherting in Attering. So schön. Da fahren wir heute hin und gucken uns an, was die MFG zum Dokumentarbeitrag des Herrn Kindl zu sagen weiß, was sie in Sachen Roman zu sagen weiß und warum sie erst jetzt, wo Wahlkampf ist, plötzlich wieder ihr Interesse an Sonntagsspaziergängen entdeckt hat. Nebenbei werden wir ein paar Flugzettel an den Mann und die Frau und den Diversen dort bringen und die Diversen dort bringen. Schließlich schreibe ich ja meine Texte nicht umsonst. Und nachdem sich die Herrschaften letzten Sonntag, also vorvorletzten Sonntag, weil die letzten zwei waren ja nicht dabei, nicht angenommen haben, weil die Fandallträger in letzter Zeit ein bisschen im Hitzemodus in den Sommerferien sind oder was auch immer. Schauen wir mal, vielleicht bringen wir heute Abend ein paar an. Mir steht nämlich langsam, ganz ehrlich gesagt, der Einsatz für diese Republik langsam echt bis da oben. Ich mache das gern, auch wenn es manchmal so wirkt, als wenn ich entnervt war, groß, kleinschreibung und sonst nichts, bin ich manchmal ein bisschen. Ich mache da Schlafmangel. Aber der einzige, für den ich das wirklich gern mache, weil er, das kommt jetzt ein bisschen homoerotisch, aber der Pride-Mann, der ist eh schon vorbei, weil er mein einziger Mitstreiter ist, deswegen hat er auch genauso viele tolle blaue Briefe zum Verbrennen in den Videos, die ihr dann zahlreich oder auch nicht schaut. Ja, so ist es. Das werden auch nicht die Letzten sein. Ja, ich darf morgen auch wieder irgendwas abholen. Heute dürfte ein Neuer dazugekommen sein, in einen windigen Höhen. Nichtsdestotrotz, alle anderen haben sich hier nicht besonders hervorgetan durch Ungehorsam. Der Roman war da von Anfang an begeisterungsfähig dabei und auch voller Opferbereitschaft, nämlich mein Gequassel über Stunden auszuhalten, bei Wind, Wäder und sonst was am Start zu sein. Über den soll es wehen helfen, gell. Sich einer Feuerwerksschießaktion mit Uhudler nahezu an der Grenze der Besinnungslosigkeit zu geben, Berge zu erklimmen, mit und ohne Gipfelerlebnis, wie gesagt, Fahnderl nicht im Kreis tragen, sondern XXXXXXXXL-Masken im Wind wehen lassen. Mit Drohnenfotografie. Nein, wie gesagt, maskenloses Bus fahren, maskenloses Einkaufen zu Zeiten, als man das noch nicht durfte. Christbaumschmecken, Geburtstagskuchen backen. Ja, das waren ja nur so ein paar Aktionen von uns. Nein, also du bist ja auch einer von den wenigen, und zwar wirklich wenigen, die sozial ungehorsam im Alltag gelebt haben und nicht nur dann, wenn sie im Schutz der Gruppe polizeilich genehmigt und geführt einmal ihren Manegenrundgang hatten, wo sie ihre Freiheit zeigen durften. Mit der Teste, die Freiheit. Ja, man hat gesagt, also für den Roman mache ich das gern, aber so wie der Stand der Dinge aktuell ist, bei der unglaublichen Beteiligung unserer Mitstreiter, glaube ich, dass ich in den nächsten Wochen und Monaten, allein schon, weil mir mein kongenialer Filmton und Schnittpartner abhanden kommen wird, wahrscheinlich, also ihr setzt euch ordentlich ein und schickt Briefe, dass die Briefträger Bandscheibenvorfälle kriegen und in den geneigten Redaktionen und Kanzleien sich die Postsäcke stapeln. Wenn mein kongenialer Partner in Crime sozusagen dann da für mal läppische sechs Wochen weg ist, weil er ja seine Sozialstunden im Vorfeld schon unbezahlt abgegolten hat im Namen dieser unglaublich tollen Bananenrepublik, dann werde ich da ein bisschen ruhiger treten, nicht weil keiner mehr da ist, der es dokumentiert, sondern einfach, weil ich sage, dieses Land hat diesen Untergang und zu dem Entschluss komme ich leider Gottes jeden Piep, Tag mehr, dieses Land hat den Untergang einfach verdient. Das ist einfach die Quintessenz, zu der ich komme und es ist mir in den letzten Monaten niemand unter die Augen gekommen, der mich jetzt dahingehend beeindruckt hätte, dass ich gesagt habe, ja, der Mann oder die Frau steht auf, solange die anderen einfach nur so ein dreimal Fähnchen im Kreis tragen, einmal ein bisschen pfeifen, wenn der Schweigepräsident da ist, genügt. Ja, gut, das ist ungefähr so ähnlich, wie einmal am Sonntag in die Kirche gehen, das genügt danach, da ist uns dann allen das Himmelreich sicher. Wie gesagt, das ist eure Welt, das ist nicht meine und ich glaube, es ist auch nicht Romans und deswegen werden wir in der Zukunft vielleicht ein bisschen weniger Energie in das Ganze reinlegen. Das hat jetzt nichts mit dieser gescheiterten Maskengeschichte zu tun, da werden wir dranbleiben, weil die Masken gibt es ja trotzdem, aber wie gesagt, wenn sich noch nicht mal ein einziger Nachahmer findet für eine Flugblattaktion, wenn sich noch nicht mal irgendein Nachahmer findet für irgendeine andere der Aktionen, die wir gemacht haben, dann denke ich mir, ja gut, wir machen das ja nicht als Unterhaltungsfrühstücksfernsehen, dafür gibt es nämlich den ORF und da zahlt es jetzt GISS ohnehin alle, sogar wenn ihr es im Netz schaut, ich glaube, wir müssen da nichts machen. Also wie gesagt, ich habe ein Streetwear Label gegründet, damit man quasi spontan Demos machen kann, ohne Schütteln, ohne Pfeifferl, ohne irgendwas, also sowas ähnliches wie wir heute am Berg, ihr wisst ja, eine Versammlung, und normalerweise geht das erst bei drei Leute los, wir waren zu zweit, aber die Drohne hat eventuell, Fotos von vier, bin schon ganz gespannt, was das BVT da aussieht, halt aus dem Beweismaterial. So, damit genug gescherzt, nein, es ist so, ich werde mir heute da noch diesen Informationsabend der MFG mit dem Roman gönnen, wir werden die letzten Tage von Romans Freiheit noch nutzen, das letzte Material, das noch offen ist, ein bisschen rauszuballern und zu teilen, und ich würde mich sehr freuen, wenn es in diesem Falle vielleicht den einen oder anderen und zumindest dahingehend bewegt, dass er den einen oder anderen Brief oder das eine oder andere E-Mail, vorgefertigt, wie wir es hier schon gemacht haben, per Copy und Paste, beziehungsweise durch Abschreiben und Ausdrucken oder Abschicken per Mail, rausballert, damit, wie gesagt, die Causa ein bisschen größer wird, dass wir sozusagen einen kleinen Schneeball ins Rollen bringen und vielleicht irgendwann eine kleine Lawine draus machen, aber ich habe auch daran berechtigte Zweifel und ich glaube, der Roman sieht das sehr ähnlich, dass die Luft in diesem Land ziemlich raus ist und insofern, hätte ich gesagt, schauen wir mal, wo es noch hinführt, mit eurer Art, das... Ich darf ja doch auch noch was erwähnen. Es gibt ja die letzten zwei Wochen, sonntags bei den Demonstrationen, sind ja wirklich ein paar liebe Leute immer auf mich zugekommen und haben gesagt, sie wollen mich wirklich unterstützen, weil ich mich ja schon beklagt habe, dass meine Miete nicht bezahlt werden kann und andere Ausgaben natürlich auch habe. Hätte es heute eigentlich, Salzburg wacht auf, meine vorgefertigten Erlagscheine, diesbezüglich zu überreichen, nur nachdem dann der Akt vorbei ist, sind leider die Leute doch schon schnell wieder nach Hause gegangen, darum konnte ich jetzt dies nicht überreichen. Ich würde vielleicht, wenn es geht, am 30. muss ich mich ja im Buch, im Gefängnis melden, aber ich weiß ja nicht, ob ich noch den nächsten Sonntag erleben darf, ob die Polizei vorher schon abholt, kann ja eher der Möglichkeit entsprechen. Und somit würde ich vielleicht dir die Erlagscheine überreichen, dass du das gut an Salzburg-Projekt auch weitergeben kannst. Und da bedanke ich mich nochmal echt recht herzlich bei euch. Die waren so viele, es sind ja doch einig auf mich zugekommen und haben sich da wirklich ein Herz genommen und gesagt, sie würden helfen, finanzielle Unterstützung leisten. Und so bedanke ich mich jetzt schon mal im Voraus. Dem Dank schließe ich mich natürlich an. Auf der anderen Seite kommt jetzt wieder mein negativ behaftetes Wesen durch, muss ich natürlich sagen, wenn man für Solidarität auf die Straße geht, dann gebietet es meiner Meinung nach der Anstand beziehungsweise der Respekt vor einem selbst, sprich vor der eigenen Glaubwürdigkeit, dass man dann auch tatsächlich diesen schönen Worten Taten folgen lässt. Und darum geht es jetzt aktuell, wenn man 4000 Internet-Guerillas und Facebook-Freiheitskämpfer auf irgendwelchen sozialen Medien hat, wenn da jeder, wie gesagt, beim Monat einen Euro gibt, dann kommt der Roman wahrscheinlich sogar noch mit einem Plus und wir haben das auch schon erwähnt, wenn wirklich ein Plus zustande kommen sollte, oder natürlich ein Plus zustande käme, dann würde man das natürlich nicht in die eigene Tasche stecken, sondern im Sinne der guten Sache irgendwie weiterverwenden und anderen... Das war ja gar nicht notwendig, weil das ist eh gut aufgelistet, was es ist. Nein, aber sollte sich jemand jetzt einfach spontan genötigt fühlen, dass er eben sagt, okay, er spendet so irgendwas in einen Topf, weil ich halte jetzt mal fest, wenn du wirklich einsitzt, wirst du vielleicht Tabak oder Zigaretten da drinnen brauchen und dergleichen anderes. Also es ist ja nicht nur damit getan, dass man jetzt sagt, naja, man zahlt eine Stromrechnung vom Roman für eine Wohnung, wo er nicht da ist, sondern ich denke schon, dass da ein, zwei Dinge darüber hinaus notwendig werden. Das haben wir ja gar nicht gedacht. Zumal, naja, da geht es ja nicht nur darum, dass du Tabak hast, zwecks dem eigenen Wohlbefinden, sondern auch der Tatsache, dass man, glaube ich, im Knast ja mit Zigaretten eventuell so etwas erwerben kann, so auf die Art. Wir kommen ja langsam wieder aufgrund unserer unglaublich weitsichtigen Politik an dieser Stelle, schön ist, aber da gestanden, der weitsichtige Wilfried, neben dem Schweigepräseg, langsam in die Zeit, wo man eventuell wieder sagt, ja, Konserven oder warme Kleidungsstücke oder Goldmünzel sind irgendwann vielleicht doch jetzt in naher Zukunft wieder mehr wert, als man gedacht hätte, weil wir kommen wieder in diese Zeiten. Irgendwann verkauft man dann am Schwarzmarkt vielleicht wieder Nylons und Schokolade aus amerikanischer und so weiter. Naja, egal, ich schwörbeig schon wieder. Nichtsdestotrotz, wir sind damit jetzt raus und machen dann wieder einen Einstieg. Wenn wir gemeinsam mit der MFG heute Abend eine politische Kundgebung haben, wird spannend. Absolut. Also, man sieht sich später, dranbleiben wie immer. Ibi hat inzwischen mein Trauma vom Scheitern heute mit der XXXXXXXXXXXXXXXXL Maske zum wiederholten Malen in mich hineinfressen. Ich glaube, ich brauche nur ein paar Psychopathen. Und, ja, in weiterer Folge hätte ich dann gesagt, werde ich dann zu dem fossile Brennstoffe verfahren auf dem Weg nach Unterring. Da werde ich dann wieder ins Lenkradl beißen. Heulkrämpfe haben, ihr wisst ja, der Spritpreis ist immer noch bei ungefähr 2 Euro. Also, unsere Regierung ist voll dabei, das richtig gut zu machen. Man merkt schon, wie das Entlastungspaket hilft. Rundum Eitelwanne Sonnenschein und toll ist es. Ja, und sobald ich mich dann davon erholt habe und alles Gutes und alles Schönes und alles Tolles beim Rackayierten wird der Roman wieder draufhalten. In diesem Sinne, bis später. Ja, sich wohl. Hallo liebe Freunde, jetzt, nach den langen zwölf Stunden, wo wir die Briefe verfasst haben, haben wir jetzt eine Liste gemacht, habe die Briefe auf einen Datenstick gegeben und werde das jetzt ausdrucken, damit ich sie dann mit der Post schicken kann. Ich schaue da immer zur Post. Da haben wir hier einen wundervollen Drucker und Scanner. Da könnt ihr es eigentlich am Datenstick reinstecken und dann diverse Sachen ausdrucken lassen. Ich weiß, ihr kennt das schon alles aus anderen Videos, aber ich denke mal, dass es auch neue Zuseher gibt und die die Eltern Videos natürlich noch nicht angeschaut haben, wird es vielleicht auch empfehlenswert, das zu erwähnen. Jetzt, wie sehe ich euch einmal vor, welche Briefe wir jetzt wirklich im Endeffekt alle jetzt schlussendlich verfasst haben. Ich werde eben an Dr. Michael Brunger, der sich für die Präsidentschaftskandidatur stark macht und von der MFG einen Brief schicken, dann direkt an die MFG auch noch und dann bei der FPÖ. Ja, das ist einmal so, das war so parteilich an den Briefen gesendet wird. Ja, ich habe mir schon auch überlegt, vielleicht auch an die ÖVP, SPÖ oder die Grünen etwas zu schreiben, aber ach, seien wir uns einmal ganz in Ernst, einmal ganz ehrlich. es bringt es bringt sich in dem Fall nur etwas, was in der Opposition unterwegs ist, denn wer sich so stark macht für die Impfpflicht, so stark macht, unser Land zu ruinieren, braucht immer nicht einbüden, da irgendwie ein Gehör zu finden. Ja, bei den Medien haben wir natürlich auch Briefe verfasst. Das ist zum unter anderem auf 1, der Wochenblick, ServusTV, die Salzburger Nachrichten, Express, Mein Bezirk und OE24. Zu Anfang sollte man vielleicht auch da noch überlegen, die Wiener Zeitung und die Kronenzeitung auch einen Brief zu verfassen. Nur, schon ein paar Jahre vor Corona musste ich schon schmerzlich bei der Wiener und der Kronenzeitung feststellen, dass die über mich privat auch schon geschmiert haben. Also ihr wisst ja, ich bin ja schon länger Journalist, habe beim Fernsehen gearbeitet, habe mich bei den Radiosendern, stark gemacht und anderen Medienkanälen und weil ich da eben investigativ gearbeitet habe, unter anderem auch Freilelernerschulen unterstützt habe mit meinen Medien und viele andere Menschen, die ansonsten kein Gehör finden im normalen Mainstream, hatte die Kronen die Wiener Zeitung weiß nicht, fühlten sie sich von mir zu sehr konkurriert oder sind sie aber wirklich nur extrem unlautere Printmedien, zumindest haben mich die als Nazi betitelt, als Reichsbürger, als Holocaust-Leugner und das alles in einem großen DIN-A4-Seiten. Kronenzeitung hat den Bericht sogar an meinen Geburtstag rausgebracht. Wie gesagt, zu den Vorwürfen wie Reichsbürger ist mir überhaupt nicht gegeben. Man findet Sendungen bei mir, wo ich mich explizit gegen die Reichsbürger ausspricht. Der Vorwurf von der Kronenzeitung wie in der Zeitung, dass ich ein Holocaust-Leugner wäre, ist auch eine reine Lüge. Ich kann Videomaterial präsentieren, wo ich genau solche Menschen selbst Begritte, die was den Holocaust-Leugnen. Das geht überhaupt nicht. Die armen Leute, die was da vor 80, 90 Jahren gelitten haben mit dem KZ, die muss man schon wirklich hören. So schaut's nämlich aus. Ja, die Nazi-Vorwürfe, ich sei ein esoterischer, ein braun-esoterischer, lauter Scheiße haben sie sich einbein lassen. Ich bin kein Fremden-Hossler, 50 Prozent meinen Freundeskreis haben einen Immunikationshintergrund und kommen aus den verschiedensten Ländern, haben die verschiedensten Religionen. Ich bin auch nicht irgendwie homophob oder sonst irgendwas, weil auch da sehr viele Freunde bei mir darunter sind. Und ich habe auch einige jüdische Freunde in meinem Freundeskreis. Und so mit habe ich gesagt, na gut, fällt Krone-Zeitung und die Wiener Zeitung auch in vornherein flach, aber die Salzburger Nachrichten und so an und OE24, bei denen probiere ich doch einmal gehört zu finden. Ja, Menschen in öffentlichen Leben, wie zum Beispiel den Gerald Droß und den Erwin Lovrecki, die werde ich auch noch anschreiben, weil sie ja große Reichweite haben und auch in der oppositionellen Seite da anzutreffen sind. Ich glaube, da hätten wir jetzt einmal alles erwähnt. Ja, und Van der Bellen habe ich auch geschrieben, auch wegen einer anderen Sache, doch dazu kommen wir dann später. Da muss ich mal noch zusammen dividieren, wie viel Haftzeit insgesamt ich wegen den Maskenbestößen insgesamt habe. Das muss ich noch einmal kurz durcherruieren und dann schicke ich auch ihn an, das andere Brief. Bei diesem Brief, was ich jetzt eben zuvor erwähnt habe, da geht es darum, dass ich 45 Tage einsitzen muss, weil er so ein Mimimi-Polizist sich in der Ehre beleidigt gefühlt hat, weil ich die Methoden der Polizei im Allgemeinen und nicht explizit auf ihm, die ich von mehreren Jahrzehnten verglichen habe, als wir auch noch schon einmal in einem totalitären Staat gelandet sind. Und wie gesagt, wir sind wieder in einem totalitären Staat. Somit mache ich jetzt mal einen kurzen Cut wie mich jetzt da mit den Kasten eventuell rumärgert oder vielleicht ist er auch beliebt zu mir. Das braucht es nicht unbedingt zu sehen. Wenn dann alles fertig ist, schaltet euch wieder zu. Also dann bis gleich. So, ich habe jetzt die Briefe verfasst. Jetzt seht einmal so einen Stoß. Packerl und Kissen und die Freiheitlichen an Höllwart und Scherth habe ich vorher nicht erwähnt. Magister Dr. Michael Brunner ist der Mfg Wettbewerb Präsidentschaftskandidat OE24 Der Wochenblick Mein Bezirk Express Salzburger Nachrichten Servus TV Ich gebe jetzt bei Einschreiben auf. Ich habe noch mal Kopien gemacht, dass ich da auch noch mal die Briefe ausgedruckt habe und zwei Briefe lese euch dann noch vor nachdem ich das Beeinschreiben erledigt habe. Bis gleich. So, so musste ich mal wieder tief in die Tasche greifen. 30,64 Euro haben jetzt diese ganzen Briefe Beeinschreiben gekostet. Plus die Briefumschläge und die Druckereien insgesamt waren wir auch 15 Euro weil teilweise eine Farbkopie auch machen musste. Also kommen wir da schon 30, 40, knapp 50 Euro habe ich ausgegeben für diese ganzen Sachen insgesamt. Ich werde euch jetzt einmal ungefähr zwei Formblätter gemacht, die bei den Medien haben wir ein bisschen kürzer gehalten. Ich habe einen kleinen Nachtrag noch zugeben, weil ich ja die Briefkuvert gezeigt habe. Das waren ja nicht alle, weil einige kann man nur per Mail anschreiben. Das waren vier oder sogar fünf Stück, die auch noch eine Nachricht von mir bekommen. Wie gesagt, die habe ich jetzt nicht in dem Briefkuvert mit dabei gehabt, weil die kann man per E-Mail anschreiben. Aber wir haben einen viel umfangreicheren Text an unsere Präsidentschafts Anwärter gesendet, an die Anwälte und so weiter, an einigen. Und zum Beispiel möchte ich einen Brief verlesen, den ich an unseren Herrn Dr. Brunner von der MFG geschickt habe. Sehr geehrter Herr Magister Dr. Brunner, da Sie nicht nur Jurist und MFG Gründungsmitglied, sondern inzwischen auch Kandidat für das Bundespräsidentenamt sind, wende ich mich vertrauensvoll an Sie. Am Tag der Gründung Ihrer Partei, am 14. Februar 2021, nahm mich als Maßnahmenkritiker und unabhängiger Medienkanalbetreiber an einen angemeldeten von der Polizei genehmigten beziehungsweise geführten Protestspazierganges in 50-20 Salzburg teil. Im Zuge dieser für die Stadtregierung unbequemen Kundgebung wurden mehrere Teilnehmer, darunter auch ich, durch die Polizei wegen Verstoßes gegen die Mastentrage Pflicht angezeigt. Andere Passanten, die an diesem Tag ebenfalls zahlreich das schöne Wetter genossen und zu diesem Zweck ja auch maskenlos draußen waren, wurden hingegen von den Beamten nicht weiter beachtet beziehungsweise angezeigt. Als einer der Kundgebungsteilnehmer auf diese Ungleichbehandlung hinwies, wurde seitens der Exekutive darauf verwiesen, dass es lediglich der Auftrag der Beamten sei, die Demonstration zu begleiten und etwaige Verstoße abseits dieser dann die Aufgabe des sogenannten Regeldienstes wären. abgesehen davon, dass es natürlich nur meiner Meinung nach dann wohl ein wahrer Glücksfall war, dass sich kein wirkliches Verbrechen für das die Beamten da wohl auch nicht zuständig gewesen wären ereignete, empfand ich diese Dienstauffassung persönlich doch als etwas fragwürdig, was in weiterer Folge dazu führte, dass sich diese Vorgehensweise aufgebracht ob der offensichtlichen Willkür mit den teilweisen Gehabe der Gestapo verglich. Da ich, wie schon erwähnt, als Betreiber eines Medienkanals Kundgebungen dieser Art begleite und zu Informations- und Dokumentationszwecken ins Netz stelle, landete auch das Video dieses Tages auf YouTube. Der angesprochene Beamte konnte diesen Video Beitrag somit ebenfalls sehen und fühlte sich in seiner Ehre beleidigt, was zu einer zivilen Klage gegen mich führte. Obwohl der klagende Polizist aufgrund einer FFP2-Maske sowie seiner Diensthaube eigentlich nicht zu erkennen war, wurde ich von Salzburger Landesgericht verurteilt. Meine Berufung, dieses Urteil vor den Oberlandesgerichten Linz wurde ebenfalls abgewiesen. Fazit dieser beiden Verhandlungen war, dass ich das besagte Video aus dem Netz nehmen musste und zudem insgesamt zu einer Geldstrafe von 360 Euro verurteilt wurde. Trotz der Tatsache, dass ich als Medienkanalbetreiber keinen wirklichen Verstoß gegen die journalistische Sorgfaltspflicht begangen habe, Klammer auf, der betroffene Beamte wurde von mir weder mit Namen genannt, noch fand seine Dienststelle Erwähnung und aufgrund der beschriebenen Unkenntlichmachung seines Gesichts durch die von ihm getragenen Maske und Haube war er auch nicht wirklich zu erkennen. Man hat wirklich nur die Augenschlitze gesehen bei ihm. Sie dazu beigefügtes Bild. Das Bild darf ich euch wieder nicht zeigen, dann würde ich das wieder in YouTube hochladen, dann hüpke ich länger wie 48 Tage. Und auch in meinem Bestreben, den aktuellen Zeitgeist aufzuzeigen, kein wirkliches strafrechtliches relevantes Verhalten in meinem Tun gesehen habe, beziehungsweise sehe, habe ich das besagte Video den Urteil entsprechend aus der Mediathek entfernt. Da ich diese Form von, wie ich finde, Zensur eines liberalen Staates unwürdig empfinde, halte ich von diesem Urteil in seiner Gesamtheit sehr wenig, weshalb ich auch nicht bereit bin, dafür auch noch eine Geldstrafe zu zahlen. Zu dieser erwähnten Abneigung kommt noch hinzu, dass meine finanzielle Notlage – ich bin aus medizinischen Gründen Mindestsicherungsempfänger – Erschwerend kommt hinzu, dass ich bereits in einer anderen Rechtssache eine Ratenzahlung und drüber hinaus ein Schuldenregulierungsverfahren am Laufen habe. Die Folge der beschriebenen Kauser ist also im Klartext, dass ich mich entschieden habe, die besagte Summe in Form einer Ersatzfreistrafe abzugelten. Diese vom Landesgericht Salzburg für die genannten 360 Euro auf 45 Tage festgelegt wurden. Sie als Rechtsanwalt für Grundrechte und Anwalt für Aufklärung und ebenfalls den Maßnahmen rund um Covid-kritisch eingestellter Bürger und MFG-Politiker teilen eventuell meine Auffassung und sehen auch in einem Tagessatz von gerade mal 8 Euro eine weitere Unverhältnismäßigkeit. Die Dame bei Neustadt sagte sogar, dass es nur 4 Euro wären. Also der unterste Tagessatz, was man überhaupt noch kriegen kann, der schlechteste Tagessatz, den man bekommen kann. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber die Tatsache, dass mein Vergehen ledig darin bestand, dass ich einem Polizisten gegenüber aus der Emotion heraus meinen diesen Land an sich durch die Verfassung verbrieft geschützte Meinungsfrei den Anspruch genommen habe, dürfte wohl kaum einen solch niedrigen Tagessatz rechtfertigen. Vielmehr sehe ich auch darin einen Versuch, mich als kritischen Berichterstatter möglichst lange aus dem Verkehr zu ziehen. Da ich keine Rüst bin, habe ich im Netz recherchiert und dabei festgestellt, dass es in Österreich scheinbar gültige Praxis ist, die Tagessätze als Dreißigstel des Monats Netto Kommens festzulegen. Das wäre in meinem Fall ungefähr ein Tagsatz von 25 Euro. Neben der Tatsache, dass ich im erwähnten Falle von eineinhalb Monaten Haft nicht nur für diese Zeit meine Freiheit verliere, droht mir auch der Verlust meiner Wohnung sowie eine weitere Dramatisierung meiner finanziellen Situation. Möglicherweise ist das ja gewünscht. Es bleibt aber die Frage, ob eine weitere von Obdachlosigkeit und Armut bedrohte Existenz wirklich im Sinne dieses Staates liegen sollte. Sollten Sie als Anwalt ebenfalls der Meinung sein, dass mein Fall möglicherweise im Vergleich zu dem eines Handtaschenräubers, eines Schlägers oder anderen Straftäters wirklich ein zu hartes Urteil beziehungsweise eben einen zu niedrigen Tagsatz zur Folge hat und Sie als Politiker ja sogar Bundespräsidentschaftskandidat darüber hinaus zeigen möchten, dass Politik immer noch mehr sein kann als hohle Worte dann würde ich mich über Ihr entsprechendes Handeln nicht nur als Wähler sondern auch als medialer Unterstützer Ihrer Partei seit der ersten Stunde also ich mich auf meinem Kanal finden Sie unter anderem dutzende Videobeiträge von der EMFG Kundin Kundgebungen Klammer zu und natürlich besonders als Österreicher sehr freuen in der Hoffnung Sie nehmen sich meines Falles an und können damit beitragen dass diese Republik wieder Verhältnismäßigkeit zurückfindet verbleibe ich mit freundlichen Grüßen wie gesagt auf der dritten Seite es waren zwei Seiten die ich vorgelesen habe auf der dritten Seite habe ich noch eben das Foto von dem Polizisten eingefügt wo er mit der Dienstmütze und der Maske im Gesicht wirklich nur so viel zu sehen ist so viel also mi 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 ich kann nicht zu den Polizisten noch sagen und somit hat man das jetzt einmal erreicht wie gesagt nächste Woche werde ich dann am Motorplatz dauerhaft demonstrieren das heißt jeden Tag von Mittag bis Abend wenn es ein muss monatelang so wie es der Gandhi auch gemacht hat weil das heim geht einmal also einmal in der Woche zu demonstrieren für eine Stunde und nach heim zu gehen das bringt sich nichts mehr und da werde ich mir auch noch was einfallen lassen um die Medien zu konsultieren somit danke für die Aufmerksamkeit gefreut mich dass ihr dabei wart es ist Mittag ich muss etwas essen gehen denn der Stress hat mich schon extrem unterernährt ich muss mich fühlen somit gefreut mich dass ihr dabei wart danke für die Aufmerksamkeit und bis dann bye bye